Hallo, liebes Radio-Andernach-Team! Viel Glück und viel Segen auf all euren Wegen wünschen euch die katholischen Soldaten der Deutschen Bundeswehr. In einem Geburtstagsvers von Joachim Ringelnatz heißt es Gratuliere uns, dass wir dich haben. Das klingt vielleicht ein bisschen frech, aber es macht deutlich, ohne eure Grüße aus der Heimat, ohne Nachrichten und ohne die aktuellen Hits würde uns im Einsatz und am Standort eine ganze Menge fehlen. In diesem Sinne können wir uns allen gratulieren, liebes Team Radio-Andernach, dass wir dich haben. Du leistest seit 40 Jahren einen wichtigen Beitrag für uns und unsere Familien und begleitest uns mit deinen Sendungen in allen Teilen der Welt. Dafür sagen wir Danke, Gottes Segen und alles Gute für die Zukunft!